So, wir präsentieren jetzt, wie man eine Tragebare für eine Barbie-Puppe, nur mit einem Stück Pappe baut. Das ist ganz einfach, man braucht eine handelsübliche Barbie. Und die freut sich auch schon. Kannst du mal das jetzt grinsen? Nicht alle freuen sich so. Und ein Stück Papier, das ist jetzt die nach vier Größe, das ist genormt. Und dann können wir jetzt entweder, natürlich eine längliche Tragebare, die aber nicht den Tragekomfort einer normalen, genormten Tragebare hat, sondern, und deswegen machen wir es eine Quertragebare, da liegt der Kopf außen vor, aber da der mit Stuck befestigt ist, mit Stuckkleber, hält der auch fest. Stuckkleber. Stuckkleber, ja. Das ist so, kennst du den Altbauten? Ja, kenn ich, ja. Das nennt man Stuck, aber das ist ja meistens mit einer Klebemelange, mit so einer Klebemelange befestigt. Und deshalb nennt man also... Das ist ja auch gerade wieder Stuckklebezeit. Stuckklebezeit, genau. Gut, also in dieser Jahreszeit. Da sieht man in der Kopf sehr elastisch, aber eben doch Stuckkleber, Klebemelange. Gut, also, nehmen wir das Blatt Papier und bauen erstmal so eine Magnion-Linie, heißt das. Das haben die Franzosen gemacht, Magnion. Da muss man einfach... Das ist einfach eine gerade 90 Grad Linie. Nach Jacques Magnion, oder? Ja, ja, genau. Das war deren Befestigungswall im Ersten Weltkrieg. Und die Deutschen hatten, glaube ich, den Friedrichsgraben oder so. Irgendwie so hatten den ja auf deutscher Seite. Und wenn man sich jetzt anguckt... Kannst du danach nochmal eine Tragebare mit dem Friedrichsgraben? Das kann ich, aber der hat ja nicht gehalten. Achso. So, das ist jetzt nur mal als... Wie nennt man das? Grundlinie. Als Grundlinie, ja. Die andere kriege ich jetzt genau so, dass es um 50% hier reinragt. Das ist sehr wichtig. Wenn die Grundzüge gelegt sind, ist eigentlich, wie man dann die Fraktale und Fragmente später herausstellt. Das ist dann jedem selbst überlassen. Wichtig ist, dass wir jetzt hier... Das ist ja praktisch ein Polygon jetzt, was du da gefangen hast. Das ist ein polygones Membran. Ja. Mhm. Und dieses Membran ist sehr wichtig. Moment. Das Interessante ist ja, dass sie nicht Barbie durchlässig ist, die Membran. Nein. Das ist... Die ist dauerpermeabel. Genau. Impermeabel. Impermeabel, ja. Für Barbie-Permäabel. Früher sagte man dauerpermeabel. Und ist jetzt natürlich jetzt schon, wenn du siehst, wie so ein Flagellet-Cocon. Warum lachst du das jetzt? Flagellet-Cocon? Flagellet. Achso. Also ich hätte es jetzt eher mit einem Flakon eben... Nee, Otto Flagellet. 1914 bis 1935. Ja. Sein Cocon. Der ist nur 21. Weil er... Der hat ja praktisch diese Sargform dann auch erfunden. Aber es geht ja jetzt um eine Tragebare, nicht um einen Sarg. So. Wir... Da... Kannst du jetzt aber schon sehen, okay, hier kann man die Barbie schon mal reinlegen. Auf jeden Fall. So. Hat auch nach oben einen Platz. Ja, hat nach oben einen Platz. Und das müssen wir jetzt noch so ein bisschen stabilisieren. Mhm. Dass wir da eben die Barbie transportieren können. Ich knick das nochmal nach. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Ja gut, okay. Aber wenn man das das erste Mal macht, dann kann man ja auf diese Feinheiten eher verzichten. Ja, ja. Ich will bloß, wer jetzt nachbasteln will, dass da nicht so jemand... Dass da nicht Amateurfragen kommen einfach. Das wäre mir ganz wichtig. So. Und jetzt muss ich das mit so einer... Oh, da ist eine SMS. Das habe ich jetzt müssen. Moment. Jetzt sind das schon die ersten Fragen aus dem Publikum? Ja. Ja. Stell sie ruhig. Ich kann das... Multitasking. Ja. So, dass ich hier so ein bisschen... Der hat... Kannst du nachts um drei wecken? Der bastelt ja dir so... Tragebare bastel ich nachts um drei. Das ist das Interessante daran. Bin ich auch so ein bisschen jetzt leider irritiert, dass da nicht vorgearbeitet wurde. Inwiefern? Hätte man schon die Falzen... Ja, man hätte das schon ein bisschen walzen können, das Blatt. Ah, okay. Das ist ja quasi... Das ist jetzt einseitige Falzung. Ein doppelter Knickknack. Machst du noch mit der verteilseitigen? Also es ist... Ja, 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 ja. Aber erstmal muss hier die einseiten gehören. Okay. So. Ja, wir wollten einfach auch, wenn wir das Video drehen, das eben so machen, dass es eben... Dass man wirklich nachvollziehen kann, wie da jetzt die einzelnen Schritte waren. Ja, ja, das ist mir klar. Wir haben da schon was vorbereitet, dass... Das ist mir klar. Oh, Piz-mäßig. Nee, das wollen wir ja auch nicht haben. Das ist auch die japanische Falte-Technik, ne? Magobi. Magobi, genau. Sudoku Magobi. Nee, Sudoku... Sudoku sind diese Zahlenrätsel. Achso. Von 1 bis 9. Ja, kein Problem. Man kommt durcheinander. Bei dem ganzen japanischen... Kladara-Datsch. Ja. Kladara-Datsch ist auch japanisch? Das ist japanisches Wort. Ernsthaft? Ja. Tohu wa-Bohu ist ja hebräisch. Mhm. Und Kladara-Datsch ist japanisch. Wofür steht das im japanischen? Das steht für Liebesnacht. Deswegen ist es... Also ursprünglich. Mhm. Und jetzt haben wir es ja auch wie durcheinander oder so. Aber ursprünglich ist das für... Also da haben die Leute... Aber das war ja auch dann nicht nur zu zweit. Nee. Das war... In der Gruppe. Und da muss man jetzt gar nichts mit Klebstoff machen, sagst du? Doch. Doch, 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 doch. Achso, doch, doch. Wir brauchen aber auf jeden Fall einen Prittstift. Wenn wir den haben... Einen Prittstift. Wir haben keinen Prittstift. Wir haben nur einen von Uru. Ja. Ist das auch ein Auto? Das ist okay. Ich hab auch Patex da unten. Patex ist auch da. Patex ist... Patex und Uru. Das ist der Prittstift von heute. Ja, aber du hast auch gesagt, das kann man ja genauso auch mit dem Stuckkleber machen, ne? Ja. Das ist ja schon... Der Stuckkleber ist ja in der Wabe Kopf... Im Kopf drin. Das ist praktisch der... So. Jetzt hat es geschnackelt. Jetzt? Also das muss einmal... Kannst du dieses Geräusch nochmal nachmachen? Das Schnackelgeräusch? Ja. Moment. Okay, aber vorhin hat man es sehr gut gehört. Wer das nochmal hören möchte, einfach zurückspulen. Das ist das Schnackelgeräusch. Wenn das hier... Man kann es vielleicht ganz sehen, wenn die beiden Seiten nicht jetzt perfekt gleich sind, keine Parallelen gebildet haben, dann ist das nicht schlimm. Ja. Das ist okay. Für den Tragekampf, Komfort der Barbie nicht besonders... koreanischen Trage dann auch Nackenpfoten. Die waren ja oft nicht ganz symmetrisch. Und pass jetzt mal auf, wenn ich die Barbie hier reinlege. Na hoch. Na hoch. Die hat ja dann richtig Stabilität gewonnen. Ist aber noch nicht fertig. Ich will dir bloß nochmal zeigen, dass ich mal ihre Arme hochreihen schaffe, dass sie... ...kass findet und sich auch wohlfühlt. Sie lächelt auch immer noch. Das wäre mir wichtig. Ja, weil sie es auch gut findet. Ja, klar. Sie würde ja nicht lächeln, wenn ich nichts bekloppt wäre, wenn die mal... ...würde sie ja vonlaufen. Würde sie sagen, ach du Scheiße, Scheiße. Das ist auch so, dass man... So gleich. Da gibt es auch keinen vorne und hinten, ne? Das ist ja... Bei der Tragebage? Genau. Nee. Die lässt sich ja beliebig einsetzen. Das ist erst mal eine Unisex vor einem Tragebage. Da könnte man jetzt auch Kinn reinlegen. Ja, aber der wehrt sich. Der hat ein Maschinengewehr. Okay. Na gut. Dann werden wir das... Die Tragebage werden wir dann ja im Musikvideo später noch sehen. Die werden wir sehen. Vielleicht eine ganz andere, aber wir werden auf jeden Fall eine sehen. Mit Haio, Barbie. Wie viele möchtest du noch machen? Das war jetzt ja die dritte, die wir jetzt... Das ist jetzt die dritte. Ich könnte noch zwei, drei weitere machen. Okay. Damit wir da Auswahl haben, falls eine beim Dreh kaputt geht irgendwie, dass wir da... ...sagen können. Oh ja, gut, haben wir noch eine zweite im Angebot. Ja, prima. Dann beende ich das jetzt erst mal. Wir haben ja jetzt gesehen, wie man das macht. Vielleicht einfach noch mal ganz kurz... Der Barbie so daneben. Das zeigt doch nochmal drauf, Barbie. Das ist ja alles so schön so. Dass die auch so präsentiert. Oh, das ist mein Traum. Sehr gut. Ja. Ja. Ja.